Da müssen wir was machen. Unbedingt. Da gehört was gemacht. Da stell dir vor, wann nehmt man was gemacht? Ja, weil sich jeder denkt, ich mach nix. Wird schon wieder was machen. Wenn sich das alle denken, dann wird nix gemacht. Und dann gibt es auch noch Leute, da denken sie, mach du nix. Mach du aber schon was. Dann wird nämlich nix gemacht. Und dann kommt es so weit, dass andere kommen und machen was mit uns. Ja klar, mit uns können wir das machen. Die machen dann was mit uns und fragen uns nicht. Nein, nein. Wenn wir wollen, das zu gemacht, wie wir wollen, dann gehört das gemacht. Aber wenn sie uns das nicht machen lassen? Ne. Das machen wir einfach. Ne. Weil jeder froh ist, wenn überhaupt wer was macht. Nein, da müssen wir was machen. Unbedingt. Da gehört was gemacht. Da wird was gemacht. Da wird es nicht gefallen. Unbedingt. Da wird noch etwas gemacht. Das ist gut.